Entschuldige Nelly, tut mir leid, was ich getan habe. Dann war es also Absicht! Ja, war es. Das werde ich ihr heimzahlen. Du wirst sehen. Miss Wilder? Ja, Laura? Was müsste ich machen, um die Zulassung als Lehrerin zu bekommen? Naja, wenn die Zeit kommt, wird ein Prüfer nach Walnut Grove kommen und dich einer Prüfung unterziehen. Du hast noch nicht mal die Bücher fürs letzte Schuljahr. Wie willst du lernen, wenn du sie nicht hast? Und zur Zeit können wir sie uns wirklich nicht leisten. Nelly hat die Prüfung gemacht. Sie hat die Bücher. Ich könnte sie bitten, sie mir zu leihen. Wortschatz und Mathematik. Was ist mit Geschichte? Miss Wilder sagt, Geschichte wird auch geprüft. Sagt sie? Das ist aber nicht wahr. Was? Das mit Geschichte. Das haben sie mir auch gesagt und dann war es nicht wahr. Ich habe es monatelang gelernt und dann kam nicht eine Frage. Ja, Laura? Die Fragen. Da ist sehr viel Geschichte drin. Darauf habe ich dich doch vorbereitet. Geschichte kommt immer in den Prüfungen vor. Also bitte, fang jetzt an. Die Zeit ist um, Laura. Sie brauchen mir keine Noten zu geben. Ich weiß, ich bin durchgefallen. Wie war die Prüfung? Laura? Miss Wilder sagt, Geschichte wird immer geprüft. Ja, wenn ich es genau überlege, war vielleicht doch mehr Geschichte dabei, als ich dachte. Ich hoffe, du bist nicht wütend. Wieso sollte ich böse sein? Es war ja nicht mit Absicht, oder? Natürlich nicht. Dann ist das auch keine. Laura, lass mich. Ich werde schmutzen. Darauf kannst du dich verlassen. Au! ARD Text im Auftrag von Funk